ARD Text im Auftrag von Funk So, dann fangen wir heute zu Felswölf und häckseln ein bisschen Mais, 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 Mais Was? Der meiste Dose ist auch nicht verkehrt Aber der hat nicht gekocht oder so, einfach Po aus der Dose Boah Ansonsten dann macht Felsen Mais Ja, hab ich Bock auf Pop, auf Popcorn Danke Ich hab noch Mikrowellenpopcorn mal jetzt nach Hause Krebserregend Echt? Hab ich auch jetzt zuhause noch Mikrowellenpopcorn Ja Ist echt krebserregend? Na ja, gut, rauchen ist auch krebserregend Ja Wenn ich schon nicht rauchen würde, dann fress ich wenigstens Popcorn aus der Mikrowelle Also ich rauche jetzt schon 20 Jahre und habe immer noch keinen Krebs Noch nicht, noch nicht Kommt ja alles mit dem Alter Kommt ja alles mit dem Alter Ja Ja Der Tom ist doch schon Uralt He, 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 Vorsicht Die 30er Grenze habe ich noch nicht ganz Was, die geistige Grenze? Die 30er Grenze Ach, die 30er? Bist du doch nicht 30? Nein Wann bist du 30? Hab ich vergessen Feld 10 ist doch noch angesät Na gut Was ist denn bei Feld 10 jetzt gesät? Weizen, ne, es ist noch Feld 10, ja Gute Frage Kannst doch mal gucken Weizen So Wo steht er denn? Eigentlich nur so gegen User was banned from the server Ja Flo? Ja Nimmst du eigentlich gerade auf? Ach so Okay Hallo Community Hallo Community Ja hallo Ohne Anmoderation aber auch egal Aber Ja, das wollte ich gerade machen Ihr habt mich eigentlich dazu kommen Kann ich auch sagen Ja Ne, wir sind wieder zurück hier Diesmal bei MySexeln Ähm Tom ist immer noch Jo, stimmt, Hupen ist immer gut Ähm, Tom ist immer im Teamspeak Ja Hallo John ist mittlerweile auch da Hallo John Ja Ja Hi Da ist jemand Da hat jemand vergessen den Hexel anzuschalten Das ist der Vincent Hallo Der Waldmeister ist auch da Moin moin Und, äh, Shadow ist da Shadow Ghost Hi Shadow Hallo Hallo Sehr gut, ja Ja Und, äh, wer noch mitspielen möchte Der schreibt es einmal in die Kommentare rein Dann könnt ihr gerne mal hier auf dem Teamspeak raufkommen und dann machen wir mal zusammen Action Immer lustig Immer lustig immer unterhaltsam Immer unterhaltsam Ne Ja, vor allem wenn Flo nicht fahren kann Ja 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 Stimmt, äh, in der vorletzten Folge habe ich ja noch meinen, äh, LKW, ne, LKW schon Mal einen schleppern schlepper Ja, wir wollen auf jeden Fall diese Map noch durchspielen Durchspielen, nicht mehr Und, ey, zusammen sind wir stark Community Zusammen sind wir stark Ey, das musst du noch mal in Slowtime Slowmo machen Da kommt ja keiner Slowmo Slowmo Ja, genau Das war das Slowmo Stimmt, aber eben so wie wir arbeiten, das ist es nur Da haben wir oder so gegen Kinderkinder Zusammen sind wir stark Ja, stimmt Deutschland kämpft Gemeinschaft gegen Kinderkinder Ja, das ist ne Ja, das ist ne Das ist wirklich Angela Merkel immer, das Internet ist für uns allen Neuland Richtig YouTube ist auch Neuland für uns alle Und ab und an kam der Slow auf der Cam Er will schon mit ner Nasen bohren Ich wohre nicht in ner Nase, ey Er hatte Staub in ner Nase Ich hab Staub in ner Nase, ja Ne Staubnase Weiß ja nicht was für Staub Das ist die Frage Asbest, nur Asbest 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 Reinstes Asbest Reinstes Asbest, ja Einmal schön so Schnee im Sommer, ey Ja Ey Vincent, warum wackelt dein Krone eigentlich so an? Was? Oh, guck mal Deine Krone wackelt Das ist dein Schlepper, der wackelt Ne, der Krone wackelt Ich bin dran Oder? Nein, das ist nur dein Schlepper Auf die Rolle ist inzwischen auch mal 100% geworden Echt? Ja Dann kümmer dich doch mal drum Bei dir wackelt alles aus, so der Traktor Ja Schüttel, 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 schüttel Oh Das ist am besten Problem ist Ich bin gerade den anderen Dolley am suchen Und ich habe ich Oder Ich habe den einen Ich habe den nicht von dem Ich habe den nicht von dem Du kannst den nicht von dem zu tun Du kannst den Fliegen Vierstück an Du hast ja noch den Fliegen dran Wofür zu hast du den Fortuna Dolly finden Weil der Fortuna Anhänger keinen Dolly mehr hat Der steht auf dem Hof. Der da auf dem Feld steht. Oh stimmt, man. Ich wüsste einfach mal gern, wo der Dolly abgeblieben ist. Der ist auf dem Hof gespawnt, auf dem alten. Ja, der steht noch auf dem alten Hof. Ach, die sind wahrscheinlich nebeneinander, steht das. Ja. Ah, okay, dann habe ich den Dolly übersehen. Weil ich damit ins Wasser gefahren bin. Ins Wasser. Zweimal. Zweimal ins Wasser. Tatsache. Hat er seinen Führerschein aus der Lotterie hat? Ne, habe ich auf dem Dom geschossen, hier auf dem Jahrmarkt. Darauf hätte ich eigentlich auch Lust. Was? Auf deine Führerscheine? Gibt doch im Ami diese Autos, wo du auch... Führerschein aus dem Lotto zu gewinnen. In Amerika gibt es auch so Führerscheinautos, die rechts nur auch Lenkrad und alles haben. Ja, das ist für die ganz Domen dann. Ja, dein Auto. Ja. Ich habe ein Lenkrad und ein Gaspedal, ein Bremspedal, eine Kupplung, fünf Gänge, ein Kofferraum, vier Türen. Keine Türen. Ein ehemaliger Klasenkamerad von mir hat sich für 5.000 Euro das Lenkrad auf die rechte Seile umbauen lassen. Warum das denn? Warum? Frag mich nicht, er hat es so machen lassen. Fällser links in den Engländern. Auch mal was. Und damit fährt er in Deutschland rum. Er fährt jetzt in Deutschland mit einem Rechtslenker rum. Ja, aber ist er vielleicht links in den? Nein. Ja, aber mit links in den. Wir sind vor längerer Zeit in der Stadt gewesen, da sehen wir, da ist so ein Auto ohne Türgriff. Auto ohne Türgriff, kann man auch machen. Beste Diebstahlsicherung. Wobei, ich denke mal, er hat dieselbe Idee verfolgt, wie ich. Patsch, so ein Streifen. Wenn du Lenkrad auf der rechten Seite hast, musst du wegen sie mehr zur Straße aussteigen. Ja gut, das auch. Ja, aber das war bei McDrive, du musst rückwärts reinfahren. Wünssel, ich bin bei 3,5 Prozent. Dafür hast du die Freundin. 94, 95, 96, 96. Achso, okay. Bicam richtig. 97, ich glaube, die Bahn kriegen wir noch hin. Fahre die Bahn zu Ende, dann fahre ich weg. So, ich bin es umgefallen. 98, ich weiß nicht, ich bin den Kopf durch die Wand und so. Tom ist es umgefallen. Nein, ich falle nicht so leicht. Das ist das Traurige. Nicht. Ja, ich bin, genau. Egal. Ersten Keller könnt. Nein, ganz gewiss nicht. Nein, nein. Tom lässt sie auch mal eine Rüstung. Immer gern kann man an den Fendt eigentlich vorne noch irgendwie sowas wie... Drei. Drei machen. Was? Nein, kein Dreieck. Ich meine hier... ...ein Frontlader. Ne. Ne. So ein Fendt-Mod haben, also Fendt-Frontlader. Was ist denn das für Fendt, das ist ein Vario? Ja, 9,36. Oh ja, das war ein schönes. Schön oldschool. Da bin ich immer noch bei einem neuen 808... ...äh, 928er. 9,28, ja. Also von der Optisch her gefällt mir halt einfach der Fendt am besten. Dann kommt es halt schon dir und dann kommt das andere. Es gibt ja hier der Fendt-Vario 1050 irgendwie, der schon. Wie groß ist der? Aber nicht als Mod. Noch nicht. Naja, aber der ist größer als der 939er, das ist schon mal klar. Oha. Ist ja meistens so. Und hinten sieht der aus wie der TDW und vorne hat der auch so leicht zugeschwitten. Okay. Siehste, Shadow kennt sich besser mit Landmaschinen aus als ich. Ja. Kann der kann's. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann's halt nicht. Ich fahr meinen Traktor. Was ist voll nicht drauf. Nee, echt mal. Ich mach nur so komische YouTube-Videos an. Ja. Ja, damit versucht er sich Freunde zu... Erkaufen, erkaufen. Erkaufen, erkaufen. Erspielen, erspielen. Erspielen. Ich wollte gerade sagen, ervideon. Ja, ervideon, das kann man... So kann man's auch nennen, ja. Aber der geklappt hat er geklappt. Das ist voll. Das ist voll. Auf jeden Fall. Videon. Ich meine, dadurch habe ich ja den... Ich meine, Tom kann ich vorstellen. Aber Marvin ist durch YouTube zu uns gekommen. Der Waldmeister. Wer? Ja. Ich bin durch YouTube zu euch gekommen, ohne dass ich irgendein Video gesehen habe. Hier kommt mal zu uns. Ey, Leute, ich hab so danach gefragt, ohne dass mir jemand gesagt hat, ja komm. Stimmt, war mir eigentlich auch nicht anders. Ja, wollte ich gerade sagen. Wobei, meinst du was auch anders? Also Leute, ich meine, ich muss ja eigentlich nichts sagen, aber kommt doch hier drauf. Ja, echt nicht. Ja, wir sind immer nur alleine hier. Keiner kommt. Ja, so lange nicht. Heul-Modus bitte anschalten. Was? Voll-Modus? Schleim-Modus? Nein, Heul-Modus. Heul-Modus, ja. Und falls gerade du, du und du dich nach dem letzten Video schon gemeldet habt, das haben wir jetzt noch nicht rausgebracht, dann vielen Dank und herzlich willkommen. Scheiße, ey, ich hab mich schon wieder festgefahren. Diesmal ist er auch so schlimm. Ja, ich kann sehen, dass Let's Multiplay nicht fahren können. Aber wie er sich nicht festgefahren hat. Diesmal stehe ich echt behindert, ey. Erstmal ausgültig. Hör mal auf mit deinem Twitch-Ding da zu spielen und spiel mal wieder mit Tastatur oder mit Lenkrad. Ja. Ah, ich bin rausge... Na, fast. Muss ich auch noch so sagen, ne, ich gucke mir lieber YouTuber an, die die ganze Zeit am failen sind, als YouTuber, die total alles voll drauf haben und so. Oh, nicht voll drauf haben, alles. Stimmt, was die wenigstenskern kommen, die Comedy-Shows mir anschauen im Fernsehen. Ja, ja. Fast zu spät dran. Ja, gut, ich gucke abends auch Comedy Central, ne. Fahringstuhl schon 73 Prozent. Wir hätten heute Mittag bei Kaufland so eine... Ob man eine Maske holen können, für Falsching. Was ist eine Porno-Maske? Hartmann, South Park, eine Maske. Wir haben gerade ein bisschen mehr vorstand gefahren. Jetzt habe ich mich noch dichter raufgefahren. Aber hier hat man... Oh, 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 oh. Wir hätten jetzt gerade oben zum... Poppelt das Ding einfach ab, Mann. Wir hätten gerade zum Metzger oder da oben in die Nähe. Zur Wolle fällt jemand, ne? Ich fahre Wolle. Du fährst Wolle, P-P. Frau Holle, Frau Wolle. Ja, genau. Ich habe die Frau Holle vorne aufgespießt und war die Erzweck. Ja, ich war doch den nächsten Anhänger. Ich bin bei 70 Prozent. Ich habe die jetzt gerade schon abgeladen. Bin ja gerade am Schlachthof vorfreigekommen. Dauert gerade noch einen kleinen Moment. Ich kann mir so vorstellen, dass er da wieder hängt und nicht rauskommt. Ja. So ungefähr war es auch. Aber weißt du, dass ich mich bei einem Silage-Ding schon am meisten frage? Hm? Warum kannst du dir die Plane noch nicht drüber schmeißen? Wieso? Ja. Muss 100 Prozent sein. 100 Prozent. Muss nicht. Nein. Verdichten muss sein. Das Verdichten muss auf 100 sein. Ja. Ja. Verdichten auf 100. Ja, haben wir noch nicht. Ja. Boah, ich bin gleich wieder da. Ja, würde ich sagen, über das Ding würde ich mal die Plane drüber schmeißen und füllt man das andere drüben auf daneben. Das war doch ganz gut, da komme ich wahrscheinlich schon. Hoffentlich so, lass doch das noch eben voll machen. Das ist bei 73 Prozent jetzt. 73 Prozent, aber sieht schon aus wie 100. Deswegen. Ja, ich wollte mal sehen, wie groß der Haufen noch werden kann so. Ja. Ich komme jetzt wieder hingefahren. Das fände ich interessant. Flo, steckst du mal den anderen ein? Achso, ja, kann ich mal eben machen. Ja. Dann gib mal, kannst du wieder Schub geben. Stimmt und Vincent ist auch über ein Video. Du bist auch über ein Video gekommen, ne? Nee, ich kenne dich vom Steam-Forum. Ach ja, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Steam, richtig. Ach, da war ja was. Erzähl mal. Also Flo kann echt nicht fahren, ich hab's gerade schon wieder gesehen. Echt? Ja, aber du kannst... Ja, jetzt hing er gerade am Zaun. Ach, stimmt. Ja, du kannst jetzt aber den, den, ähm, den anderen Case schauen. Also in New World Warfare. Das ist okay. Vincent, erzähl mal. Was? Hm, wie du zuletzt Multiplay gekommen bist. Überzeitgedächtnis bis zum Jahrhundert. Ähm, ich hab Mitspieler für das Spiel hier gesucht. Und hab durchs Forum mal durchgeguckt. Und hab dann Flo gefunden. Ja. Da haben wir kurz geschrieben, das war irgendwann, glaub ich, kurz vor Weihnachten irgendwann, Ja, kurz vor Weihnachten. Ja, da war ja eh noch alles ein bisschen kreuz und quer und hin und her.